Hey Leute und Willkommen zurück zu einer Folge Let's Play Next Car Game Ja ähm übrigens nochmal zur Erklärung, dass es gestern gab es glaube ich ein bisschen Beef in den Kommentaren Das, oh nein ich dachte ich will sagen Ähm da hinten steht auch Next Car Game drauf, dieses Sneak Peek ist Next Car Game Also das Spiel hieß ja früher Next Car Game Weil sie nicht wussten wie sie das Spiel nennen sollen Deshalb heißt das jetzt momentan eigentlich auch noch Next Car Game Breakfast Und ähm ja Breakfast ist sozusagen der neue Titel aber damit es keine Verwirrung gibt Heißt es immer noch Next Car Game Breakfast Aber da dieses ja dieses Sneak Peek noch entstanden ist als es Next Car Game hieß Und einfach damit wir es besser unterscheiden können nenne ich dieses Sneak Peek immer Next Car Game Und grüße auch mit Next Car Game Und ähm die richtige, das richtige Spiel, das in der Alpha der Beta ist, was soll ich machen Nenne ich Breakfast, wie es auch selbst heißt Das heißt ja selbst bei Steam hier oben links steht es auch Next Car Game Technology Sneak Peek 12 Null Pre-Order Exclusive Komm jetzt kommen wir her, jetzt kommen wir her, jetzt kommen wir her, jetzt kommen wir her Eins, zwei, wo Komm mal, ich muss ganz oben kommen Ich muss mich probieren, oh, oh, oh Oh Müssen wir mal den Wagen reparieren Können wir eben nicht gucken, ob wir wirklich höher gekommen sind Ach ja, komm, wir probieren doch mal die ganzen Sachen hier nochmal aus Hat hier viel ausgetan? Nein Oh, 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 fuck Oh, oh, was hab ich gedrückt? Hier sind wir gespawnt, okay Ähm, das war nix Fliegen wir mal hier runter Oh Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht Teile haben wir nur getroffen auf dem Weg runter Eigentlich ziemlich gut, um auch zu treffen Also, wir haben unsere Wagen selbst gut zerstört Beziehungsweise, so wenig wie möglich Uh, aufpassen Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben Und Und Jetzt springen wir Genau zu 90 Meter Marker Einmal der Spinner komplett durch Boah, hatten wir gerade ein Glück Jetzt rechts Und Kommt, nein, nein Oh, das war auch sehr knapp Okay Wollen wir Hier nochmal rüberfahren Oh, der ist irgendwie schon rüber Ja, aber wir haben was anderes Letztens nicht rüber, ne Oder wollten rüber Und haben es verkackt Ja, fahr nur hier mal rüber Dann beim anderen Oder auch nicht Aber Au Nicht so nett Okay, gut Könnte ich jetzt die ganze Folge mit verbringen dazu zuschauen Würde ich wahrscheinlich auch lieber machen, als mir zuzuhören Aber Habt ihr nicht Müsst ihr jetzt Wenn ihr nur schon stimmen müsst Jetzt den ganzen Rest der Folge zuhören Oh Ich glaube, der macht keine Wand So Endes schaffen wir dann aber Schön berutsam hier vorfahren Und vorgehen Aber Aufpassen Und hier hoch Jetzt hier ein Jump Und Oh Gott, nein Das war so knapp Nein Warum Oh, böser Wagen Böser Wagen zerstört Böser zerstörter Wagen Böser Wagen zerstört Hm Oh, guck dich noch hier Mit der arme Wagen hier Motor ist auch minimal support, also würde garantiert noch funktionieren Hey Wollen wir so ein E-O-Bist mit dir in Sicht kriegen Wollen wir gucken in den Motorraum Ich hasse, dass wenn so so um die Kameras die Sachen verschwinden Das ist immer für scheiße, weil man dann die Sachen nicht so schön sehen kann Streamside Superior Überlegen Gut, so jetzt wollen wir es nochmal versuchen Oh, nee, aber nicht zu stummisch losfahren Und Darüber Links Schön die Kurve fahren Bremsen, damit man hier sehr wenig sieht Aufpassen Nein, nein Oh, fuck, nein Nicht schon wieder Ich will das schaffen Oh, hier rüber Darüber schafften wir es, glaube ich, nicht Haben wir es schon mal probiert Und Da haben wir was verloren Wahrscheinlich ist es in der Radraum Oder wie rum hat das Teil Teil hieß Habe ich ja schon mal Äh, BMG gefragt Da hat er es mir auch geantwortet Aber Ich habe es schon vergessen Schön Gas geben Oh Gott, durchziehen Danke Wie ich immer kurz sofort dann aufhöre Weil ich denke, wir springen zu weit So Gleich haben wir es geschafft Jetzt nicht mehr verkacken, bitte Wurde war nochmal Viel Zu knapp Die ganze Zeit viel zu knapp Die Sphären Sphären Kamera Oh Shit Das ist echt knapp Aber wir haben es geschafft So Perfekt Wenn man dann einfach die ganzen Ränder nicht sieht Weil dieses Weiß Viel zu hell ist So, eigentlich soll man Zwar nach links springen Aber wir fahren einfach mal rechts rüber Oder wir fahren komplett rüber Ja Immer über die Jumping Area jumpen Die ganzen Sachen vom Auto Die wegfliegen Hier können wir noch einen Sprung über ein paar Kisten machen Und schaffen wir Ja, schaffen wir Oder? Nee, schaffen wir nicht Hat sich der Wagen richtig böse Mit der Wand angeschmiegt Das sieht wiederum Relativ realistisch aus Hier der Crash Hat eben immer so eine Sache Manchmal sieht jetzt Karge Ziemlich realistisch aus Aber manchmal ist es einfach Ziemlich over the top Bam Perfekt Richtig gut Sind wir da durchgejumpt Und hier nehme ich mal an Dass wir einmal drunter Äh, durchspringen Ja Oh, du armes Haus Das tut mir sehr leid War ich nicht War ich nicht Schnell wegfahren Bevor es jemand sieht Ihr habt es auch nicht gesehen Oh, ich muss mich töten Tut mir leid Weil es auch So, gut Ähm Wo lang sollte es hier Rechts sein Langfahren Okay Machen wir die ganzen Fahrherausforderungen hier Und hier schön lang Und rüber Oh, schöner Drift Schöner Drift Aufpassen Wo kommt eigentlich ein Jump Hier kommt noch kein Jump Find ich gut Oh, irgendwann kommt gleich ein Jump Da muss man aufpassen Was wir denn kriegen Ich will nicht am Jump verkacken Uh, okay Ich habe mir jetzt verkackt Das ist auch nicht so So viel besser Als am Jump zu verkacken Eigentlich noch bitterer Aber Naja, komm Wir spawnen wenigstens gut Und das gleich nochmal zu probieren Es fehlt mir noch so eine Ego-Perspektiven-Kamera hierfür Das war noch schön Oh, rip Oh, jetzt haben wir hier Respond Verdammt Die ganze Zeit reloaden Oh, fuck Und Sag mal, du fliegst Du fährst dich bis da an Oder was Wow Hey, da fliegt das Uh Genau ins Haus Oh, schon drunter durch Hoppala Dann, ähm Ja, übrigens Ich habe jetzt Spin-Tires Und das wollen ja immer mal wieder Ganz viele Leute Spin-Tires sehen Ähm Schreibt mir einfach mal in die Kommentare Ob ihr davon ein paar Videos sehen wollt Und ein paar meine ich auch So ein, zwei Maximal drei Videos Schreibt es bitte einfach mal in die Kommentare Würde mich mal interessieren Weil wenn ihr das Sehen wollt Dann kann ich es noch mal zeigen, ne Und, äh Ja Dann werden wir noch einmal Kurz versuchen In einen Korb zu springen Natürlich schon in den siebten Die Frage Willst du mich doch nicht Oh, vor allem Wir haben einen scheiß Winkel dazu Aua Wow Das war nichts Naja Auf jeden Fall Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe es euch gefallen hat Wenn es euch gefallen hat Würde es mich freuen Wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst Und ja Gut Also ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe es euch gefallen hat Tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Tschüss Wow Wow Ich wollte eigentlich In das Haus fahren Das geht jetzt nicht Wartet 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 Ja Ich nicht Danke Tschüss Bis zum nächsten Mal Euer NGCG So Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal